Wir könnten jetzt beispielsweise auch hier unsere Navbar oben sticky machen, dass die halt hier mitkommt, wenn wir runterscrollen, ist auch nicht wirklich viel Arbeit. Dafür brauchen wir auch nur echt ein paar Zeilen und zwar machen wir erstmal die Position, dann geben wir hier auf Fixed, dass die Fixed ist, die Position. Haben wir jetzt hier das Ganze schon, sieht ein bisschen komisch aus. Dann können wir natürlich jetzt noch die Breite erhöhen, einfach hier Width und 100%. Okay, und dann haben wir hier das Ganze fixiert.